Hi, Li, hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr GIFs ganz einfach und kostenlos in Canva erstellen könnt, die ihr dann für eure Webseite nutzen könnt. Ich habe jetzt hier einfach mal meine Landingpage aufgemacht, die ich für meinen Video-Online-Kurs erstellt habe. Und da habe ich jetzt hier vereinzelt Elemente erstellt, die habe ich in Canva erstellt. Hier seht ihr das, das ist auch, das bewegt sich, das ist ein animiertes GIF. Und auch hier werden ganz langsam dann die Elemente eingeblendet, was einfach total nett ist und eure Landingpage auch einfach nochmal so ein bisschen aufwerten kann. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das wirklich super einfach und kostenlos in Canva nämlich machen könnt. Wenn ihr euch fragt, naja, aber warum denn ein GIF erstellen, wenn ich doch einfach ein kleines animiertes Video machen kann. Es ist halt auch wichtig, dass ihr das GIF erstellt und auch als GIF exportiert, weil die meisten oder einige Baukastensysteme oder einige Landingpage-Anbieter es vielleicht gar nicht anbieten, ein Video zu hinterlegen auf einer Webseite. Das große Problem ist nämlich immer, dass Videos die Performance einer Webseite oder einer Landingpage extrem einschränken, weil die Dateimenge so groß ist und weil es dann einfach so, es muss einfach langsamer geladen werden und das kann halt einfach die Performance eurer Webseite total zerstören. Deswegen werden Videos in der Regel auch eingebettet dann, dass sie halt extern auf einem Video-Upload, zum Beispiel YouTube oder Vimeo, hochgeladen werden. Sie werden dann auf der Webseite eingebettet. Das ist aber überhaupt nicht das, was ihr wollt, weil wir wollen natürlich die Animationen und die kleinen Grafiken, die sich bewegen, die wollen wir direkt zu sehen haben, wenn wir die Webseite aufmachen und wir wollen dann nicht irgendwo noch Start oder Play oder sonst irgendwas drücken und dann haben wir vielleicht noch eine Anzeigeleiste von einem Video-Anbieter. Das ist einfach nicht so schön und deswegen als Gips, weil auch die Dateigröße in der Regel komprimierter ist, es ist kein Ton hinterlegt. Also das macht es viel, viel einfacher, dann auf eurer Webseite diese Animation zu hinterlegen. Dafür müsst ihr euch einmal bei Canva registrieren. Wenn ihr schon registriert seid, dann meldet euch einfach an. Ich zeige euch jetzt heute das Tutorial mit meinem privaten Canva-kostenlosen Account, mit dem ich normalerweise arbeite mit dem Canva-Account. Das ist ein Pro-Account. Damit wir aber jetzt hier gar nicht durcheinander kommen und ich möchte, ich weiß, dass die meisten von euch auch einen kostenlosen Canva-Account haben, zeige ich euch das hier mit meinem kostenlosen Canva-Account. Ich erstelle jetzt hier einfach mal eine Leinwand, einen Hintergrund. Ich mache das jetzt hier ein bisschen schmaler. Ihr könnt aber auch sehr gerne die Vorgaben nehmen, die auch von Canva als Leinwände vorgegeben sind. Und habe mir gedacht, wir können jetzt hier einfach mal... Hi, ich bin Christine. Das können wir mal animieren. Und damit wir auch noch schön sehen, wie man nämlich auch kleine Grafiken, die man bei Canva finden kann, benutzen kann, animieren kann, da habt ihr hier, also ich benutze jetzt hier einfach mal die Sachen, die schon zuletzt verwendet sind. Einfach mal so ein Herzchen. Und hier so eine... Ja, so ein Menschen. Hier oben könnt ihr aber auch einfach in die Suche von... bei den Elementen noch einfach zum Beispiel Herz eingeben. Oder auch Sterne. Und dann haben wir hier auch sowas zum Beispiel... Vielleicht tausche ich das hier mit den Herzen aus. Die Herzen sind vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, und dann kann man das natürlich auch noch... Wir drehen das hier einmal. Ich glaube, der große Stern darf ein bisschen weiter außen sein. Vielleicht noch ein bisschen kleiner. Ungefähr so. Jetzt habt ihr die Möglichkeit... Ich zoome das mal ein bisschen weiter raus. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die komplette Fläche, also die komplette Grafik einmal zu animieren. Hier habt ihr die Option. Das ist, wenn ihr hier hinten einfach auf die Leinwand klickt. Ihr geht auf Animation. Und dann gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man Animationen einblenden kann. Ja, lustig. Also, ach so, das ist eine Kombination. Und das bedeutet, dass quasi die Grafiken, die Schrift und diese Grafik einzeln verschieden eingeblendet werden. Aber ihr könnt sie auch alle gesamt zum Beispiel schweben, schwenken. Was ich ganz nett finde, ist dieses Stampfen oder dieses Poppen. Das Poppen finde ich eigentlich, das ist so mein Liebstes. Das mit dem Purzeln, das finde ich nicht so richtig modern und passend unbedingt. Mit dem Block, das ist für Schrift ganz, ganz nett tatsächlich. Wir nehmen jetzt hier einfach mal schweben. Schweben ist auch so Standard tatsächlich. So, das ist die eine Möglichkeit, die ihr habt. Ihr könnt das jetzt so, wie es ist, tatsächlich direkt teilen. Ihr könnt natürlich auch noch eine Hintergrundfarbe passen zu eurer Brand tatsächlich. Und natürlich die Schrift. Wir gehen auf die Schrift und ich habe hier die Möglichkeit, auch noch die Schriftart zu ändern, damit sie zu eurer Brand, zu eurem Branding passen. Was wir aber auch noch machen können, ist, dass wir hier auf die Schrift klicken und dann haben wir hier auch nochmal das Feld Animation. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Schrift ganz einzeln zu animieren. Und da finde ich diesen Schreibmaschinen-Effekt zum Beispiel total cool. Aber auch ihr seht, dass ich hier diese Grafiken, die werden schwebend, wie wir es gemacht haben. Und ich kann jetzt hier aber auch die Schrift poppen. Was natürlich auch total witzig ist, wenn es so unterschiedlich ist. Das kann man einfach individuell einstellen. Ich entscheide mich jetzt hier einfach mal für die Schreibmaschine. Und hier, das sind dann Pro-Sachen, da kann man dann die Geschwindigkeit, das mache ich mit meinem Pro-Count tatsächlich in der Regel auch, weil ich das ganz nett finde. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit und ist bei einem GIF, kommt immer darauf an, wenn ihr eine Abfolge von verschiedenen Animationen habt, um dann ein Video zu erstellen, ist es wichtig, hier auch auszuwählen, dass zum Beispiel nur der Einstieg animiert wird und dann die Schrift so bleibt und dann zum nächsten Video, zur nächsten Einstellung rübergeswitcht wird. Das ist aber etwas, das zeige ich euch noch in einem separaten Video, wenn wir Videos erstellen mit Animationen. Also grundsätzlich kann jetzt hier der Einstieg, es kann aber auch beides, das heißt, die Schreibmaschine wird eingeblendet und dann das Ende bleibt dann stehen und dann wird es nicht nochmal rausanimiert sozusagen, die Schrift. Okay, das bleibt jetzt hier, die Schrift, genau. Und natürlich, wenn ich auf meine einzelnen Elemente klicke, habe ich auch die Möglichkeit, die auch verschieden zu animieren. Jetzt habe ich nur noch diese Grafik, die schwebend ist, die wir zuvor als Standard eingestellt haben. Dann habe ich meine Schrift, die Schreibmaschine, die Animation gewählt wurde und dann habe ich dieses Element als stampfend und dann können wir uns das Ganze dann, ach so, ihr habt dann auch hier die Möglichkeit, die Dauer noch einzustellen. Fünf Sekunden ist so Standard. Manchmal reichen aber auch nur so drei Sekunden tatsächlich. Und dann geht ihr hier oben auf Teilen, wenn euch alles gefällt. Ihr geht auf Teilen, auf Download. Hier, das ist das Video, das Videoformat ist, das ist MP4, wie es dann exportiert wird. Das ist Standard eingestellt. Hier ist es aber ein kurzer Clip ohne Ton, ein GIF. Das klicke ich, da klicke ich drauf, gehe auf Download. Und dann können wir uns gleich das GIF einmal anschauen. Das GIF habe ich mir jetzt hier einmal auf meinen Schreibtisch gezogen. Es ist so, man kann jetzt hier nicht ganz easy, sage ich mal, dieses GIF hier jetzt abspielen. Es gibt aber einen kleinen Trick und zwar könnt ihr hier im Browser ein neues Feld aufmachen, einen neuen Tab und dann könnt ihr das GIF hier in diese URL-Zeile packen. Dann ist hier so ein Link. Dann klickt ihr auf Enter und dann wird euch hier das GIF einfach nochmal angezeigt, einfach in so einer Endlosschleife. Und dieses könnt ihr dann aber nehmen und auf eurer Webseite hinterlegen und das wird ganz normal als Bild eingebettet. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eure Webseite, euren Editor oder euer Baukastensystem habt und ihr hier ein Feld eingeben müsst, dann ist es kein Videofeld, sondern dann ist es ein Foto, ein ganz normales Bildfeld. Das packt ihr dann hier rein und dahinter legt ihr dann, je nachdem mit welchem Anbieter ihr arbeitet, dann dieses GIF, als wäre es ein ganz normales Foto. Und das wird euch dann hier, wenn ihr das dann abspeichert und in der Vorschau euch anzeigen lasst, wird es dann als animiertes GIF angezeigt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis dahin sage ich erstmal Tschüss!